so und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe da euch ja das video zu ubuntu 24.10 so wahnsinnig gefallen hat mit fast 1000 aufrufen das ist wirklich ja ich glaube ich mache da einiges richtig und fast 50 daumen nach oben vielen vielen lieben dank habe ich mir gedacht kommt ich schippe noch was nach und zwar wie upgrade ich mein ubuntu 24.04.1 lts auf die 24.10 da gibt es nämlich das eine oder andere zu beachten natürlich punkt 1 ihr solltet nach möglichkeit genügend freien festplatten platz haben man kann es mit dem ganz ganz guten tool hilfsprogramme und eine festplatten belegungsanalyse und da sehen wir quasi auf einen schlag schon hey wie viel ist eigentlich noch verfügbar und da sollten ja ich würde schon sagen 40 gigabyte wären nicht schlecht ich tue das ganze etwas überproportionieren wahrscheinlich als es eigentlich sein müsste aber 40 gigabyte sollten es schon sein mindestens die frei sind damit ihr einfach auch seht okay damit es quasi auch ohne probleme funktioniert aber ich denke jetzt würde auch mit wesentlich weniger funktionieren des weiteren was ihr unbedingt machen solltet ja ich gehe auf start zeige ich das ganze hilfsprogramme und auf die datensicherung ihr müsst unbedingt ein eine datensicherung erstellen wie man das ganze macht am besten dazu werde ich noch später ein video veröffentlichen wie man das ganze macht und wenn ich es nicht vergessen sollte hier oben verlinken jetzt aktuell könnt ihr draufklicken aufs i und dann entsprechend euch das video anschauen wie mache ich eine datensicherung weil das enorm wichtig dass die daten einfach gesichert sind am besten nicht auf dem gleichen rechner sondern vielleicht extern auf der festplatte oder in der cloud wie gesagt ich glaube meiner wahl ist natürlich huawei oder halt natürlich auch die ganz ganz gute schweizer cloud wie sendet so dann würde ich sagen beginnen wir doch mal mit dem upgrade prozess und zwar wir klicken hier auf start und dann klicke ich auf aktualisierungs verwaltung der wird jetzt nämlich gleich die ganzen die ganze software liste laden und ihr werdet euch wahrscheinlich ganz wundern komisch warum wird mir das nicht angezeigt ihr könnt entweder hier auf einstellungen klicken oder ich gehe hier auf start und auf anwendungen und aktualisierungen wenn ich das nämlich gemacht habe klicke ich dann auf aktualisierungen und hier über neue ubuntu version benachrichtigen und der sagt mir jetzt für langzeit unterstützte version na also für die sogenannten lts version da aber zwei da aber 24.04 keine lts version ist informiert er mich natürlich auch nicht drüber heißt also ich möchte gerne für jede version benachrichtigt werden dann gebe ich jetzt mein passwort ein sag schließen und klickt dann hier auf start und auf die aktualisierungs verwaltung dann lädt er sich quasi jetzt hier nochmal die ganze liste durch und wenn alles gut geht da wird euch das ganze jetzt hier angezeigt dass 24.10 aktualisiert werden kann aktuell habe ich die 24.04 das würde ich übrigens aussehen wenn ich hier auf start klicke und auf terminal gehe und dann natürlich den befehl neofeach eingebe in meinem fall müsste man das natürlich jetzt nur installieren so nach erfolgreicher installation starten über neofeach und wir sehen hier in dem fall habe ich ubuntu 24.04.1 lts installiert und natürlich den nicht an aktuellen können 6.8 das dazu jetzt klicken wir hier auf aktualisieren damit unser system aktualisiert bzw geupgradet wird jetzt gebe ich hier mal mein passwort wieder ein und jetzt gleich werdet ihr ein fenster sehen was euch wahrscheinlich bekannt vorkommt jetzt wird hier nochmal quasi alles runter gebetet wie was wo wir klicken auf system aktualisieren und jetzt wird das system aktuell vorbereitet man sieht auch immer hier aufgrund vom pfeil wo er gerade dran ist das finde ich ganz ganz gut da hat man auch so eine leichte orientierung und wenn er eine gewisse sache fertig hat dann müsste da so ein grüner haken glaube ich kommen genau und jetzt tut er gerade die ganzen maketquellen einrichten und dann die aktualisierungen hier entsprechend herunterladen das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig davon wie schnell internet ist und erzählt ich jetzt kommen bekommen wir hier tatsächlich einen fehler ja das ist natürlich nicht so schön ich werde das video trotzdem hochladen bzw änderungen werden berechnet es kann durchaus sein dass jetzt ab und zu diese fehlermeldung kommt und zwar jetzt kommt möchten sie die system aktualisierung starten drei pakete werden entfernt 82 neue pakete werden installiert und 1112 pakete werden aktualisiert insgesamt müssen sie 1,7 gigabyte herunterladen bei der 10 gigabit internet geschwindigkeit soll das eigentlich kein problem sein schließen sie bitte alle offenen anwendungen und dokumente um datenverlust zu vermeiden ist okay ich klick auf system aktualisierung beginnen und jetzt sagt hier schwer wird schon was deaktiviert ist es für mich okay und jetzt scheint er durchzulaufen bei meinem letzten video versuch zum testen hat er tatsächlich sie aufgehängt aber jetzt läuft er durch und wir sehen hier erlebt doch relativ zügig runter und ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder so jetzt hatte die aktualisierung heruntergeladen und jetzt seht ihr hier werden die aktualisierungen installiert das kann je nachdem was wir für eine ssd habt ich nehme jetzt nicht an dass sie noch mit einer festplatte mit drehenden scheiben unterwegs hat kann aber durchaus auch sein da müsst ihr eine entsprechende geduld haben und solltet eine große ssd haben kann das hier natürlich durchaus auch ein bisschen länger dauern also jetzt werden die ganzen pakete die es zum aktualisieren gibt aktualisiert wenn jemand interessiert was das system eigentlich genau macht dann kann man hier die befehls 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 fenster aufklappen und kann dann wunderschön nachverfolgen was er gerade installiert was er gerade macht und das kann auch durchaus so viel der diagnose beitragen sich positiv ausführung noch beitragen wir sehen jetzt hier dass er doch relativ schnell am installieren ist da ist immer so besonders davon abhängig was habt ihr für eine ssd beziehungsweise auch was für eine fest cpu habt ihr drin in je nachdem kann ein schnellere cpu das ganze natürlich ein bisschen schneller verarbeiten wie eine langsame cpu aber das ist ja auch bekannt glaube ich so jetzt sind quasi darüber benachrichtigt dass 41 pakete entfernt werden können wenn ich jetzt hier auf die details klicke nicht für benötigte pakete sehen wir quasi auch um welche es sich handelt also da können wir quasi auch entscheiden wollen wir wollen wir nicht wir können nämlich dann mit der schaltfläche sagen wir wollen sie behalten oder wir wollen sie entfernen ich in meinem fall entfernen sie jetzt mal weil ich brauche die tatsächlich nicht und dementsprechend kann er und darf er auch das ganze aufräumen wir tun jetzt hier und das system neu starten und wir sehen auch schon hier 20 jahre ubuntu also ich würde sagen das ganze hat so weit erfolgreich funktioniert wir starten aber trotzdem mal ins system komplett rein damit ihr einfach auch seht okay hat's funktioniert oder hat es nicht funktioniert auf jeden fall das erste indiz was ich ja eben schon erwähnt habe ist das 20 jahre ubuntu das hat auf jeden fall schon mal so weit ganz gut funktioniert genau jetzt gebe ich hier mein benutzernamen bzw mein passwort auch ein was ich quasi was er quasi schon mal ein standard mein standard passwort war für meinen benutzer und ihr hört es vielleicht auch schon das ist ubuntu 24.10 mit dem richtig coolen start sound 8 zum dahin schmelzen einfach super um das ganze noch mal zu überprüfen natürlich wir gehen wieder aufs terminal und dann gebe ich hier neofeach ein und wir sehen 24.10 ist installiert somit war es das von dem video zum thema wie upgrade ich auf ubuntu 24.10 von ubuntu 24.04.1 ich hoffe das video hat euch gefallen es hat euch ein bisschen was gemacht es hat euch auch was genutzt vor allem da bleiben wir mit freundlichen grüßen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss